ja herzlich willkommen zu einer weiteren folge von unserem bewerb le fifa ist angerichtet steht an ja und wir spielen mit den frauen heute genau muss auch mal erwähnt werden das in neuseeland dann in schweden na gut lassen wir es mal so bin gespannt ob sie mit denen irgendwann einmal mehr machen was in fifa da kannst du genau ein einziges turnier spielen zum beispiel nur so es beginnt schweden gegen neuseeland diese schweden ja weite anreise für das spiel ja schweden haben wir was jetzt und durch uns in einer woche da um sich auch ans klima zu gewöhnen das scheint bis jetzt ganz gut zu sagen das ist nicht so du musst hier schnelles reißen jetzt mal zeeland das war etwas zu viel was schon fehlt bitte 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 brauche ich war da noch zum schluss dabei immer raushauen oh Hartes Deckling aber auch im Bereich des Legalen Ja, jetzt konnten Sie mal aufzeigen Oh Oh So Das ist da ein Slotisch hin So, der Wechsel Schön gesehen da im Rückraum Und Schweden Schaus gefährlich Nummer 2 Aber nicht das Kind Oh, das war nix Wieder ein Fehler Gott sei Dank Wieder noch der schönen Dienst Sehr, sehr auf Sehr, sehr agil da vorne Oh man, da bist du überall dran Schön gemacht Oh man Rote Karte, Tor ab So So Ja, wenn sie kommen Wenn sie nach vorne kommen Dann wird es gefährlich Verdeckt Geschossen auch noch ein bisschen grillen gellin lotta š Köden bis jetzt die gefeilste frau bei uns reden Hatte Kolinien, Kolinien oder wie immer. Oh, da stoß mich noch ein bisschen weg. Oh, das war scheiße ausgeführt. Was? Okay, das geht in Ordnung. Das war auch schön jetzt draufgegangen, jetzt bei uns auch die Neuseeländer hier mit dem Gegenpressing. Das bei den Schweden sehr erfolgreich ist, dieses Presse und dieses schnelle Attackieren. Das hat jetzt auch jemand in den Neuseeländerblut geklappt. Das wird jetzt noch gehen müssen. Ja, die ist sehr, sehr gefährlich, sehr gut, umkommt da auch die Stürmerin. 50% bei Besitz. Schussgenau, ich hab meinen Schweden. Puh. Immer besser, mal nicht. Besser, dass sie ins Tor gelaufen ist, sag ich nur. Puh. 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 War die richtige Entscheidung. Ja. Ja. Warte mal. Puh. 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 So, leichte Veränderung im Mittelfeld. So, leichte Veränderung im Mittelfeld. So, leichte Veränderung im Mittelfeld. Schön. 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 Zumbroken. Vielen Dank. Ich wollte jetzt auf die Dache dahinten passen. Jetzt hat er nicht geschossen. Ich wollte jetzt auf die Dache. So. Doppelwechsel. Oh, schön. Oh, Gott sei Dank. Oh. Das könnte die erste Gewekarte geben. Jawohl. Gut. Oh, Gott sei Dank. Oh, es ist noch nicht vorbei. Schön gesehen. Oh, das ist auch schön gesehen. Oh. 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 Oh, der geht weg. Oh. 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 der pass jetzt sehr riskant da noch mal finden oder war der winkel dann doch zu tun angesetzt aber noch ist es nicht aus so jetzt müssen wir uns in der reise antreten nachschweden und die schweden wieder zurück ja ist die frage was ist da noch drinnen was kann man dann noch machen kann man es noch drehen oder nicht das ist hier die große frage so so So. So. Ja schließlich muss man auch hadern mit der Chancenauswertung, die man im ersten Match liegen lassen hat. Eine Positionsänderung hat es gegeben. Im Sturmbereich, mal sehen. Der Chancenauswert ist nicht verschätzt. Man spielt mit der selben Strategie gleich frühes Pressing. Schön gemacht. Der Ball ist jetzt verspungen. Jetzt macht gut, der Seenand mehr Ballbesitz. Und der erste gute Möglichkeit hat. Oh. 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 ciento strśmy starazen Bussужin. Oh. Oh. Oh, das ist mir verletzt. Oh, das ist mir verletzt. Oh, das war ein bisschen gefährlich. Oh, was war das wieder für ein Spaß? Ja, aber wie man Schelling gut aus dem Spielen steht, wie man im Seelenderring jetzt... Bis auf jetzt! Gabelpass! So. Na gut, kurzes Debüt hier. Chillin! Oh, das ist okay. Schönen Füße dazwischen noch. Hier we go? Hier we go. Ja. 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 Dann Literally. Dann be skellert. Das könnte wie rot gehen. Na, ich habe mich letztens noch gut gehabt. Aber dass es da so überhaupt nichts gibt. Uhhh, abgefilscht. Abgefilscht. Boen, aber nicht Huang. Alter, da geht wieder keiner mit. Und Halbzeit. Ja, Halbzeit. Gute Steigerung. Ja, gute Statistik auch. Nein, das weiß ich nicht. Ja, die ist sehr erwachsen da drüben. Und das ist, äh ... jetzt hat sich hier nicht beherrn lassen 021 2 und diesmal hat das nachsehen und diesmal bessert aber der kollege Digger schön gemacht Oh nein, wie behindert wird dir denn ab, dass der Ball noch so zurückspringt? Wie war der erste Schuss, dass du überhaupt noch so durchs Tor geht? Ja. Und da hast du mal einen Schussversuch, kann passen wieder rüber. Das war ein Masel-Tor. Da hat er diesen Pass dorthin und dann... Ich glaub, der war gar nicht ab. Den hat keiner, glaub ich, von den beiden berührt. Auf jeden Fall, Fridolina Rolf. Gesundheit. Aber nichtsdestotrotz hat sich eigentlich am Spiel über nicht viel geändert. Wenn man sich dann gewinnen will, brauchen sie zwei Tore. Verlängerung gibt es ja keine. Das hat ein bisschen mehr gespielt, der Pass. Ohhhh. Alter Vorder. Oh. schön nein das muss jetzt das muss das muss sein das musste ich das war die absoluten das alles hätte gar nicht mehr gegeben schießen lassen oder fallen lassen aber dies klärlich diese diese kann Kann der Pass mal aufzüglichen? Ja. Was kann man hier noch machen? Ich probiere es trotzdem mit dir. Ja, bitten. Jetzt beim Schweden. Jupp, gelbe Karte. Käthi Bohen, die Tochter von Huang Bohen. Ja. Eins, zwei. Jetzt wird gespannt. Zwei noch, oder? Oder eins noch wird fehlen. Eins. Ja, das werden die Schweden natürlich verhindern. Oh. Oh. Ja. Das ist bitter. Jetzt müssen wir alle reden, was das Zeug hält. Ja, ja, ja. Euter. Ja, ja, ja. Oh. Spannend auf jeden Fall. Weiter. Uh. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das ist. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist muss Schwey dann alles nach Vorsitzenden. Also nicht. Ja, schilling. Oh. Und das könnte auch. Die Siedlung muss alles dagegen setzen. 5 Minuten noch. Oh. Das war dumm. Ich habe nicht gesehen, dass da keiner mehr ist. Schon? So, alles raus. Alles raus. Oh. Sehr zu ungestimmt, aber bringt alles Zeit. Oh, das war auch Spaß. Oh, das auch. Nein! 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 Oh, shit! Bluder! Oh! Der war für nie angekommen! Kiss! Sing. Oh, fuck it, Alter! Yeah! Ha! 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 Ja! Sie blieb unbelohnt! Mit ihren drei Toren! aber trotzdem ein gutes match sehr gut ja das war jetzt eine entscheidung das war jetzt bitter bist du da ja hier sind wir noch ein paar highlights shell in die auffälligste hier das ist ja so verliert man wieder einen punkt gegen ending ich sagte ab der roten karte ist bergab gegangen bei dir dann ja aber das musste ich da das muss ich machen einfach hätte ich die nicht gelegt im staff haben hätte es keine route gehabt ja sie ist die matchwinnerin ich würde ehrlich sagen mit mausieland habe ich schon mal gespielt na gut das war's bis dann macht's gut tschau papa